Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. In der letzten Folge haben wir unser erstes legendäres Pokémon bekommen, Latios, Latias. Ich bin mir gerade nie sicher, ich verwechsel die beiden immer. Auf jeden Fall haben wir das bekommen und ich habe es erstmal wieder aus dem Team genommen, weil die Attackenkombination irgendwie nicht so richtig in unser Team reinpasste. Deswegen würde ich gerne erstmal so bei unserem normalen Team bleiben. Und später können wir das immer noch wieder variieren. Aber jetzt geht es erstmal weiter hier oben auf der Route 119. Und das scheint mir eine Route zu sein mit hohem Gras. Das ist natürlich ziemlich uncool, wenn man bedenkt, dass da ganz viele von diesen Kämpfen mit vielen Pokémon passieren können. So, ich schaue nur gerade in meinen Guide. Wird da irgendwas umgehen können? Sieht aber schwierig aus. Das heißt, wir gehen uns mal einfach hier in dieses Gras rein. Nun ja, so komme ich nicht weiter. Wenn ich hier mit meinem Fahrrad durchs hohe Gras stocher, sieht man mich ja gar nicht. Und dabei gebe ich doch so eine gute Figur ab. Ja, das mit dem hohen Gras ist ein Problem. Das ist nämlich jetzt tatsächlich hohes Gras. Nicht so, wie man das sonst immer kennt. Sagt, das ist hohes Gras. Ah ja. Hier sind auf jeden Fall einige Träne an diesem hohen Gras. Und die greifen wir doch mal an. So, unser Gardevoir wird weiterhin gelevelt. Oh, die Gegner sind auch stärker inzwischen. So, wir machen wie üblich die Psychokinese. Die sollte auf jeden Fall Schaden machen. Ja, sieht gut aus. 87 Erfahrungspunkte. Und das nächste Käfer-Pokémon. Ne, wir bleiben mal bei Gardevoir. Und machen das gleiche nochmal. Die Psychokinese. Das sieht doch gut aus. So, einen haben wir. Gehen wir mal hier durch. Und stellen uns dem Herren hier. Endlich treffen wir aufeinander. Meine Käfer-Pokémon möchte dich auch kennenlernen. Pinella. Hübsches Pokémon. Hübsches Pokémon. Aber. Wir werden es trotzdem besiegen müssen. Weil. Nützt ja nichts, ne? Kapilz-Level-Up. Das sieht man gern. Voltenzo-Level-Up. So. Sind hier überall so, ich sag mal. Punkte, wo. Feingras wächst. Und ich klappere das mal so ein bisschen ab. Äh. Weil. Irgendwo werden bestimmt Items sein. Das ist voller Käfer-Pokémon hier. Theoretisch müssten wir eigentlich unser Logok dafür nehmen. Das Problem ist, ich würde gerne mehr Logok benutzen. Aber das ist schon so hochlevelig. Ich meine, das rennt dann immer allen anderen Pokémon davon. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie schneller levelt als der Rest. Also ohne das je, gefühlt je zu benutzen, ist das trotzdem immer das. Immer mit dem höchsten Level. Und das ist dann irgendwie immer blöd. Ja, da haben wir es schon. Logok ist Level 38. Und ich habe es nicht mehr benutzt. So. Unser. Radar schlägt aus. Das war das. Und dann den hier. Und dann will der uns nicht angreifen. Wieder Papinella. Und wieder nehmen wir die Psychokinese. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach gemacht. So, jetzt ist auch Gardevoir eigentlich ein Level ab. Das ist schön. Geradax levelt wie immer fleißig mit Risiko-Tackle. Nee, Geradax, du kannst leider keine Attacken mehr lernen, weil du voller VMs bist. Das ist mir auch leid. So, da ist noch ein Trainer. Ja, okay. Weekdek通ig mit Risiko-Tackle. Nacht. bye. Das war's für heute. Das war's für heute. Das töten wir doch mal mit einem Diebeskuss. Sollte hoffentlich klappen. Ja. Ich bin aber auch ein Level-Up. Das ist irgendwie weird hier. Egal in welche Richtung ich gehe, das Ding geht wieder aus. Da. Ja. So. Dich haben wir schon, ne? Ja. So, jetzt schleichen wir mal da hin. Oh, es ist wieder weg. Okay. So, folgender Plan für jetzt. Ich möchte umgehend wieder hier die ganzen Pokémon alle abwarten, bis sie kommen. Es gibt nämlich auf dieser Route folgende Pokémon. Äh, noch Duflor, Tropius, Kecleon und Myrapla. Und wie gesagt, ich möchte eigentlich jetzt nicht hier abwarten, bis sie der Reihe nach kommen. Ich werde dann einfach danach suchen und das dann einfach wieder zusammenschneiden, wie wir es schon mal gemacht haben. Ähm, also sag ich jetzt erstmal bis gleich, wenn wir das nächste Pokémon gefunden haben. So, da haben wir das erste. Da ist unser Duflor. Oder hoffentlich bald unser Duflor. Dazu müssen wir natürlich dann wieder wechseln auf Karpilz. Wir wollen es ja nicht töten. Duflor, ein tolles Pokémon. Was man auch, glaube ich, nur mit einem Blattstein entwickeln kann. Aber, das macht gar nichts. So, einmal jetzt hier Trugschlag. Das macht noch nicht so viel. Aber mit der nächsten Attacke sollte es reichen. Sehr schön. Das ist nicht schön. Okay, wir probieren trotzdem mal es zu fangen. Das sollte eigentlich noch reichen. Und ein Superball. Wunderbar. Duflor wurde gefangen. Duflor produziert einen ekelerregenden Gestank aus dem Stempel seiner Blume. Wenn es in Gefahr gerät, wird der Gestank noch unerträglicher. Wenn sich dieses Pokémon in Sicherheit befindet, stößt es keinen Gestank aus. Sollte man es immer in Sicherheit liegen lassen. Nein, kein Spitznamen. Und, ja, damit sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich das nächste Pokémon gefangen habe. Bis gleich. So, da haben wir das nächste Pokémon, was wir uns holen wollen. Und, äh, wir wechseln wie immer auf. Ein paar Pilz. Hopio ist ein richtig cooles Pokémon. Quasi wie ein fliegender Dinosaurier. Also für mich eines der coolsten Pflanze-Pokémon. Würde es das eher im Spiel geben, würde ich das wahrscheinlich auch ins Team aufnehmen. Aber, ja, ist ein bisschen spät dran, ne? Aber wir machen mal Rückschlag. Das macht noch nicht so viel. Wir können ja nochmal einen Megasauger probieren. Das macht auch nicht viel Schaden. Und dann heilen wir uns wenigstens ein bisschen. Okay, das macht viel zu wenig Schaden. Dann machen wir wohl nochmal den Tugschlag. Und einmal noch. Töten können wir es ja nicht damit. Und den nehme ich einen Ball. Und zwar einen Superball. Und auf geht's. Wunderbar. Da haben wir Tropius gefangen. So, was hat denn der Pokedex zu Tropius zu sagen? Die Früchte am Hals von Tropius sind bei Kindern sehr beliebt. Dieses Pokémon liebt Früchte und isst sie ständig. Offensichtlich sind ihm wegen dieser Vorliebe selbst Früchte gewachsen. Okay. Äh, nein, auch hier kein Spitznamen. Und wir sehen uns gleich wieder zum nächsten Pokémon. So, das dauert mir gerade alles zu lange. Das Kekleon habe ich jetzt noch nicht gefunden. Aber wir spielen hier erstmal weiter. Wie haben wir denn hier? Ich dachte immer, man könnte fliegen, indem man viele Vogelpopmonen fängt und sich an diese klammert, um durch die Lüfte getragen zu werden. Aber dann habe ich erfahren, dass es eine VM namens Fliegen gibt. Irgendwie ist das toll. Aber irgendwie auch schade. Ist es nicht so, dass es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, ja. So, wen haben wir denn hier? Oha, oha, da sieht aber jemand müde aus. Du und dein Pokémon-Team, ihr solltet hierbleiben und euch auch nicht ausruhen. Oh. Dankeschön. Nein, 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 es reicht. Angeblich soll es irgendwo eine sogenannte Urzeithöhle geben. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister von Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Das tatsächlich möglich ist? So, dann können wir hier weitergehen. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt weiter? Wir können nämlich auch noch übrigens hier rüber. Ich fahre vielleicht erstmal hier hin. Hier gibt es nämlich einen Angler, dem kämpfen wir mal kurz. Du hast mich angesprochen, also wir zu kämpfen. Dann wollen wir mal. Ich werde das Pokémon einsetzen, das ich gefangen habe, als ich mithilfe von Surfer unterwegs war. Ist das ein Hinweis, was man hier finden kann? Angler, Abelke, Kanivana. Okay, man kann also mit Surfer Kanivana finden. Habe ich gerade auch probiert, aber bisher hat es nicht geklappt. Gut, wir machen einen Ladungsstoß. Und nochmal. Nein, wir kämpfen weiter. So, schön Voltenso jetzt ein bisschen weiter leveln. Barsch war. Nee, wir kämpfen weiter. Und wieder Ladungsstoß. Wunderbar. Oh, Logok schon level 39. Eieiei. Wie gesagt, wir brauchen das gar nicht einsetzen. Das ist trotzdem allen im Level voraus. So, was haben wir hier oben noch? Da ist wieder sehr hohes Gras. Kann man auch nicht durch, ne? Nee. Scheinbar ist da Ende. Dann gehen wir mal zurück. Und dann geht es hier oben weiter. Vielleicht gehen wir erstmal hier unten lang. Durch dieses hohe Gras. Da haben wir ein Du-Floor. Schon wieder. Einmal hier den Hitzekoller. Schön kapiert jetzt auch ein Level ab. Gehen wir mal weiter. Können wir hier rüberfahren? Oder geht das nur mit dem... Einmal ausprobieren. Ja, es geht. Wir können hier sogar rüberhüpfen. Ist das denn nicht nice, oder was? Ja. Ja, okay. Das ist eine Geheimbasis. Möchte ich nicht. Nein. Ja, gut. Jetzt haben wir unsere Geheimbasis zerstört. Egal. Egal. Ich hatte ja gesagt, die stört mich nicht so wirklich. Jetzt gehen wir einmal hier oben rum. Da ist auch eine Geheimbasis. So, dann noch schnell die Bären einsammeln. Hon-Mil-Beer. Ist dein Pokémon, diese Bäre steckt, die es eurer Freundschaft verringert, aber sein Spezialangriffsbasis wäre. Möchte. Das scheint mir ziemlich sinnfrei, weil Freundschaft levelt man eh nach und nach. Das kann man eigentlich nur bei Pokémon machen, die auf Attacke, also auf Angriff statt auf Spezialangriff setzen. Der Boden ist sehr trocken. Es regnet zwar gerade, aber der Boden ist sehr trocken. Alles klar. So, gut. In der nächsten Folge schauen wir uns den weiteren Weg der Route an. Bis dahin sage ich erstmal schönen Tag noch. Wir hören voneinander und bis bald.